Es ist schon Tradition, am 1. Mai eine Kahnfahrt durch den Spreewald zu unternehmen. Diesmal geht die Tour von Alzauche startend durch den Hochwald. Bis zur ersten Schleuse geht es mit Motorkraft voran. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach Passieren der Schleuse wird gestärkt. Bei dieser Kahnfahrt erhalten wir einen einzigartigen Einblick in die unberührte Natur des Hochwaldes. Wir gleiten vorbei an fast 30 Meter hohen und ca. 80 bis 180 Jahre alte Erbenbestände und genießen dabei Ruhe und Natur pur. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo. 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 Nach zwei Stunden sind wir wieder am Ausgangspunkt der Kahnfahrt zurück. Hallo. Hallo.